Ich baue aber nicht scheiße Nein, ich finde, in Minecraft kannst du nicht schlecht sein Geil, was du machst Wenn du immer nur Penis-Türme baust, dann bist du schlecht Ich brauche eine Rüstung Nein, du kannst in Minecraft nicht schlecht sein So ein Zombie mit Rüstung Alter Boah, wie die aufregen, die Skelette Die regen richtig auf Oh, guck mal, wie ich aussehe Ich habe 3000 Pfeile in mir drinstecken Ich glaube, man wird eigentlich noch TDC Ich habe da gerade so eine Anfrage von so einem Nein Das war ein Creeper Das war eindeutig ein Creeper Kommt drauf an, wie viel, wie lange Kevin online bleiben darf Wir müssen zuerst Terra aufnehmen Ich schreibe mal zurück, eventuell Können wir das nach der Aufnahme besprechen Danke Wenn du so nett fragst Nein, können wir nicht Ich hatte auch keinen Platz mehr im Inventar Durch diese scheiß Sandkacke Alter, was freitest Kind da jetzt draußen rum Das gibt es doch nicht Wir haben 20 Uhr, geh ins Bett, Alter Burak, was hast du in meinem Haus gemacht? Burak Ich habe Sand abgebaut Burak 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 Nein Spaß, Spaß, Spaß Ja Spaß, 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 Spaß Ist Kevin afghan? Nein, natürlich bin ich nicht afghan Weil du nie was sagst Ich muss ja auch nicht die ganze Zeit sprechen Doch Doch, deine Stimme ist perfekt Oh, das war jetzt ein hartes Kompliment Da muss ich jetzt freuen Kevin Na ok, da freue ich mich jetzt auch Hat man echt in deiner Stimme die ganze Freude Die in der aufgeschwört So ein Zeug Ach egal Adi, willst du nicht in deinen Turm noch ein paar Fenster rein machen? Doch, der ist noch nicht fertig Aber ich sehe dich gar nicht daran arbeiten Deswegen habe ich mich gerade gefragt Das ist schon fertig jetzt So Und da hinten baue ich das Tal Genau schreibt meinen Namen in die Kommentare Wie das Tal heißen soll Machen die doch eh nicht Natürlich machen die das Alter, dieser Zombie hat eine Kartoffel fallen gelassen, eine gebratene Burak hat ganz viele Kartoffeln in seinem Haus Ich habe ganz viele Kartoffeln in meinem Haus Stimmt doch Stimmt doch Ich habe gerade irgendwo Doppel gehört Ok, das war bei Kevin Ist doch immer bei mir, oder wie? Ja, irgendwie schon Eigentlich ja schon So Jetzt können wir das Hm, 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 hm Bauen wir das jetzt? Können wir das einfach so rüber machen? Ich weiß es nicht Also ich probiere hier ein bisschen aus an der Brücke Um dann die optimale Brücke herauszufinden Brüggel 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 Brüggel, Leute Brüggel Das ist Sandstein Die machst du da immer noch dran rum Immer Weise So So Leute, wir könnten dann Jetzt habe ich mir jetzt gerade überlegt Wenn wir jetzt die Dinger hier unten dran klatschen Ja, das, 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 das kann man machen Das kann man machen Das kann man machen Scheiße, das habe ich da kaputt Ich kann jetzt hier nicht runterfallen Hö, 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 hö So, dann bauen wir hier mal ne schöne Geländer Boah, ich verbau mich aber auch immer Nein Ist mir doch gefallen Ja, dann kenne ich noch jemanden Dich Ja Ja Ja, komm, aber dafür kann ich eigentlich gar nicht Das Ding setzt es einfach falsch Hallo, Kevin Bist du ja da, Kevin, machst du wieder Afka? Nein Ich bin nur bei der Das hat doch nicht Spaß, Kevin Oh Gott, nein Muss ich wieder anfangen Diese ganze, das ganze Wasser hier wegzumachen Schwämme geht es nicht mit Schwämme Es gibt doch keine Schwämme, bist du dumm Klar, in dem neuen Update schon Die saugen das Wasser auf dann Ja, das gibt es ja gleich 8,8 Sagt nicht mehr, dass ich dumm bin, wo war Du keine Ahnung was, Junge So Ich habe mir nicht überlegt, wenn ich hier so ein paar Falltüren reinbaue Das sieht vielleicht so ein bisschen abgefuckt dann aus Hier mal V2 nebeneinander Okay, sieht vielleicht auch ein bisschen komisch aus Na egal, meine Brücke ist abstrakt Es ist Kunst Wenn man sagt, es ist Kunst, dann kann man es so machen Was ich vielleicht hier noch unten machen könnte Gleich Hm, 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 hm Ey, hat jemand von euch aus dem Urwald, aus dem Urwald solche Lianen oder was das da ist, was da immer runterhängt? Ne War noch nie in dem Urwald Es wird nämlich gut passen, da könnte man es ja bei der Brücke hier so runter machen lassen Hm Ups Irgendwie sieht meine Brücke strange aus Na egal Jetzt brauche ich aber noch Ähm Steine Steine Oh, Kevin, ich höre mich voll doppelt bei dir Voll doppelt bei dir Ja, Kevin Kevin Ja, was ist los? Er war wieder AFK, der Fettzack Man hat sich wieder mal voll doppelt gehört Ja Echt nicht okay Wenn ihr wollt, könnte ich auch einfach ganz gehen Okay Tschüss Spaß So, dann hole ich mir mal Steine Borat, bist du auch noch da? Natürlich Weil ihr nie was sagt, Alter, ich bin immer der Einzige, der redet Ich rede dann immer irgendwelche Monologe, weil sonst niemand hier antworte, ist richtig scheiße Ach was, sie hören dir alle zu und wenn dann die Zeit kommt Dann sag klar Ja, okay, von Kevin bin ich es halt gewöhnt Ach von euch Ey, das ist voll asozial Ah, das ist voll asozial Voll der Asi Kevin hat uns eh nicht Oh, ich hab gedacht, du wärst AFK Boah, Mann, hör doch jetzt mal damit auf, ey Und, wie läuft es mit deinen Weltreligionen, Adi? Ich hab's aufgehört, sogar Warum ist das? Es, Adi, ich sag einfach gar nichts mehr, wenn die Witze sich nur noch Das war kein Witz Wiederholen Das könnte ich jetzt auch sagen, Adi Oh, Mann So Toll Ich brauch eine Oh, mein scheiß Ding-Generator hat ja nicht funktioniert Ich glaub, ich baue den nochmal neu Ich geh mal kurz in die Hölle Vielleicht brauch ich den Eimer dabei, ja Ich geh mal kurz in die Hölle und hol ein bisschen Lava Ich versuch nochmal den Cobblestone-Generator zu bauen Irgendwie hab ich den letztmal ja zu Obsidian verhauen Und dafür hab ich die ganze Aufnahme gebraucht Nur um Den Weg in die Hölle zurückbekommen Zur Lava Ja Guck, jetzt sag ich gar nichts, es redet einfach gar niemand Junge, der Job, den ich hier gerade tue, ist so langweilig Da kann ich einfach nichts sagen Natürlich Deswegen kann man erst recht was sagen Ja, was soll ich denn dazu sagen Oh, ich hab jetzt gerade Ja, keine Ahnung, wir sind Let's Player Das ist halt unser Job Okay, ich baue hier gerade ein bisschen mit Netherrack am Äh, ne, doch, ich baue gerade ein bisschen mit Netherrack am Hä, weiß nicht mal was auch Du hast es erfasst Du hättest eher deinen Turm weiterbauen sollen Als da So komisches Zeug da anzufangen Den hättest du ja noch fertig machen können So, jetzt hab ich dann Lava reinmacht Ich hab's bald geschafft So Kevin, was machst du so? Ich mach irgendwas komisches an irgendwas komisches dran Achso, mal was neis Äh, doch, doch, mach ich Okay Wir könnten vielleicht auch mal wieder ne Höhlentour machen oder sowas Sowas in der Art Mach erst wieder was anderes, wenn ich damit fertig bin Ja, schon klar, wenn wir halt damit fertig sind Okay, es dauert noch so ne Weile bis ich mein Vorhaben da hinten realisiert habe Wow, fast in die Lava gefallen Und meine Jump-Künste verhindern das natürlich Keine Jump-Künste, xd, xd, xd Ja, komm, so schlecht bin ich gar nicht Okay, Kevin ist natürlich sehr gut da drin, das wissen wir alle Ja, Kevin ist der Beste Ach, was Ach, da bleibt man drin Wow, sind die hier gespawnt oder was? Boah, Bullshit So, jetzt kommen wieder in Adrens Turm raus Geht ab nach unten Irgendwie läuft deine Monsterfalle nicht so gut, Adi Ja, ihr gebt mich grad nicht Ach Was, was, was Ja, ich hasse es, wenn man runterfällt, ey Was wird das denn für ein Wort, was du da machst? Ich will kein Wort Ja, was dann K, D, B A, K, D Toll Adren, Kevin, David, Burak Super Sehr einfallsreich Ja, komm Das ist cool Ihr schreibt es bitte aus Du hättest doch einfach ein Schild ins Wasser hinmachen sollen Nenn die Siedlung doch einfach Buddha Art Nein, dafür Kev Nein, nenne Skyrim Buddha Art Kev Buddha Art Kev, alter, böster Dumme Ich glaub nämlich, das war nicht so Boah, ich weiss nicht mehr Oder wir könnten Hmm Oder wir könnten Buddha Eckart Buddha Eckart Buddha Eckart Buddha Eckart Was, was, was wird das? Oh, warte mal Er wird ja K Geschrieben und nicht Eck Scheiße Eck, er wird Eck geschrieben Burak hat's nicht so mit Rechtschreibung, oder was? Yo, alter, Buddha Art hab ich erfunden, okay? Kevin ist auch so der Joghurt Das ist die feinste Kunst, Kunst von Anagramität, dein Zack Die feinste Kunst Ich hab Kunst gesagt Du hast als erstes Kunst gesagt Hast du nicht, ich hätt Kunst gesagt Ja, ja, ja Yeah, mein Cobblestone Generator funktioniert Okay, jetzt mach ich mir noch schnell ne Steinspitzhacke Und dann kann ich ihn in Betrieb nehmen Am besten ich mach gleich ein Crafting Table genau nebendran hin Adi, hör auf, ich seh das Was, lass mich abschießen, wir sind Pfeilen Ja, folgen, dass die Kaffee aus ist, hier mit ein paar Leuten töten Oh, Pech gehabt Boah, mein Inventar ist viel zu voll Ach, ich hatte noch ne Steinspitzhacke im Inventar, nein, nein Das wär jetzt hier nicht so die schönste Arbeit, aber egal So, jetzt bauen wir wieder weiter Und dann weiter Und dann wieder weiter Und ich rate mal, wie's weitergeht Nämlich weiter Mag witzig sein, ist auch so Ja, 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 rüsst uns mal aus, damit wir genau sehen Das 1,64er-Stack möchte ich jetzt schon gern abbauen Ah, ich glaub, wenn ich hier eins noch weiter runtergehe Dann ist der effektiver der Cobblestone Generator Komm, da hinten liegt ein scheiß Cobblestone Den hol ich mehr jetzt So Der nimmt eigentlich gerade auf, David, oder? Ich nehm eigentlich immer auf Ja, die läuft Einwandfrei So, wenn ich deine, deine Festplatte voll ist Nee, die ist nicht voll Eigentlich sollte ich das Ach, egal Ich sollte vielleicht nicht die ganzen, in der ganzen Aufnahme immer nur Steinen abbauen, aber egal Musste auch mal sein Genau Ja, eben Irgendwann habe ich jetzt einen geilen Cobblestone Generator Und das ist doch schon mal was Definitiv Hey, ich hab ne perfekte Stimme, Mann Ja, du hast echt die ultimative Voice of Germany Auf 45, ich hab schon, oh Gott Hallo, Adi Dank mal hoch, David So, ey, dieser Job ist echt langweilig, Mann Und ich bin nicht mal annähernd dann da an der Insel Was kotzt mich am meisten Ja, der PvP ist auszudeppt Aus diesem Grund habe ich PvP ausgemacht Ja, weil du einfach nur nervst War Adi es immer langweilig, dann baute er erst komische Buildings Und dann macht er scheiße Richtig unnötig Kannst du es einfach mal aufhören, verpiss dich hier raus Boah, du weißt eigentlich, wie nervig du bist Boah, du sammelst die ganze Zeit die Steine Einfach, verpiss dich jetzt einfach mal Es regt doch auf, hör doch einfach auf Du bist saunervig Und ist auch nicht lustig Du brauchst irgendwelche hässlichen Sachen Und dann nervst du noch die Leute, geil